Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie herzlich ein, auf unseren YouTube-Kanal Pfarrverband Freistadt jeden Montag um 20 Uhr gemeinsam mit uns den Rosenkranz zu beten. Nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit für sich selbst. Ein ruhiges Plättchen bei Ihnen zu Hause, zünden Sie eine Kerze an und beten Sie mit uns. Wir sehen uns jeden Montag um 20 Uhr.